Hallo, wir wollen heute mit Scherz2D eine Berechnung kontrollieren, die ich eigentlich früher heute durchgeführt habe. Das System ist relativ einfach, es ist ein Rahmen. Ich werde in der Videobeschreibung einen Link zur handschriftlichen Berechnung einfügen. Dann könnt ihr gucken, welche Ergebnisse aus der Handberechnung bekommen hatten. Und dann wird der Vergleich dann möglich, was wir hier in Scherz2D finden werden. Also 0, 0, dann 0, minus 1. Hallo. Ah, okay, ich bin hier bei den Lasten. Okay, das ist das Problem. Falsche Stelle. Wir wollen das System eingeben. Noch nicht die Lasten mit Ctrl-S. Ja, 0, 0. Das ist nicht die S-Aufnahme über Scherz2D. Also es gibt schon ein paar Videos, zwei Videos übrigens, wo es tatsächlich erklärt wird, wie man das System eingibt. Und anderen weiteren Videos, wo speziellen Themen betrachtet werden, wie man Fäder ein gibt. Also hier kann man Fäder nicht direkt eingeben, aber wir können Fäder simulieren, sozusagen. Wir können Ersatzsysteme eingeben, die sich dann genau wie Fäder, wie die entsprechenden Fäder verhalten werden. Also 1, minus 1 und 0, 1. Stimmt das überhaupt? Ach, was mache ich? 0, 0, dann 0, minus 1 gehen wir hoch. Dann 1, minus 1, und dann 1, 0, so rum. Gut, das ist was wir brauchen. Ich debilige mich direkt ein, dann sieht man schon wie es aussieht. Ja, ich mach mal live hier. Ja. In Runden 1 haben wir eine Einspannung. Festhaltung. Also alle Fäderteile sind festgehalten. Ja, ja in X-Richtung, ja in Z-Richtung, ja. Wir wollen die festhalten. In Runden 4 haben wir auch Festhaltungen, also Einspannung. In Runden 3 haben wir ein Loslager, das Kräfte in X-Richtung aufnimmt. Also keine mögliche Verschiebung in X-Richtung. Genau das. Und was passiert? Wir wollten einfach untersuchen, was passiert auf dem System hier. Welche Schnittgrößen auftreten, also welche Wegemomente auftreten. In folgenden Lagerverschiebung an Runden 3. Das ist eigentlich der Grund der Aufnahme hier. Ich will zeigen, wie man eine Lagerverschiebung in Stab 2D eingibt. Also eine Lagerverschiebung ist eine Belastung für uns. Also Steuerung B, beziehungsweise hier bei Eingabe und Belastung geht. Und dann gehen wir bei Zwangsverformungen. Okay. Vorverformungen sind was anderes. Vorverformungen sind, wenn der Stab selbst ein Problem hat. Also der Stab selbst ist schräg oder so. Oder der Stab ist gebogen. Das kann man bei Vorverformungen eingeben. Hier geht es um Zwangsverformungen. Wir zwingen grundsätzlich das Lager sich zu bewegen. Und zwar das Lager am Kloten 3. Wollten wir um einen Wert Delta nach rechts bewegen. Nach rechts, das heißt in positive X-Richtung. Hier werden wir einfach 1 einsetzen. Die Berechnung, die wir auf dem Blatt durchgeführt hatten, habe ich auch vor mir. Wir hatten die so durchgeführt, dass wir für Delta den Wert nicht eingesetzt hatten. Also wir können hier einfach alle Werte so eingeben, dass es zu 1 skaliert ist. Dasselbe werden wir gleich bei den Schnittstücken machen. Gut. Dann ist EI so gut wie 1. Also es heißt nicht, dass es 1 ist, aber es kommt nicht direkt im Spiel in der Berechnung. Und so, dass man später das N-Ergebnis, der Moment, der Moment im Verlauf, das wir hatten, hat die Einheit EI mal Delta durch L Quadrat. EI ist Kilonewton Meter Quadrat, mal Delta ist dann Kilonewton Meter hoch 3. Durch L Quadrat Kilonewton Meter, das passt ganz gut. Also Delta kommt nicht direkt ins Spiel, könnte aber später multipliziert werden mit dem N-Ergebnis. Dasselbe kann man mit EI und L durchführen. Gut. Haben wir da alles? Sieht man das überhaupt hier im Roten? Ihr wisst das wahrscheinlich. Die Lasten im Prinzip im Stab 2, die sind eher im Blauen getragen. Das im Roten eingetragenen Wert hier ist eher eine Lageversicherung. Ich zeige euch mal, wie eine Last aussehen würde am Knoten 2. Lass uns mal eine Knotenlast an Knoten 2 eingeben. In Wert 1, ne? Im Blauen ist es, ne? So, da. Das hier, ähm, also der im rot gezeichneten Fall hier ist eine Lageverschiebung. Gut. Haben wir alles? Schroff auf 9. Gut. Was sind die Werte? 4,8 haben wir da unten. Was hatten wir aus unserer Berechnung? Ich habe da einen Bruch. Ich habe 24 Fünftel. 4,8. Sehr gut. Oben. Was ist das? 3,6. Ups. Was hatten wir? 18 Fünftel. 3,6. Perfekt. Und hier. Was ist das? 3,6. Also auch 18 Fünftel. Das reihen wir auch. Und unten auch die 4,8. Passt ganz gut. Also unsere Handberechnung war richtig. Gut. Also so gibt man dann, ähm, Lageverschiebungen im Stab 2D. Eingabe, Belastung, Zwangsverformung. Und dann sagt man, okay, um welchen Knoten geht es? Welche Verschiebung ist durchzuführen? Ist es eine Verschiebung in x-Richtung? Die x-Richtung ist im Stab 2D positiv definiert von links nach rechts. Ist es in z-Richtung? Die z-Richtung ist im Stab 2D positiv definiert von oben nach unten. Ist es eine Rotation, äh, Lageverdrehung? Die Verdrehung im Stab 2D, also Phi, ist positiv definiert in Uhrzeigersinn. So. Okay. Das war's dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. So.